Das ist gerade nicht wirklich passiert, oder? Ich bin hier gerade einfach so in der Hotel-Lobby und meine Haare sind sogar noch nass. Aber ist hier gerade so ein hotter Typ im Hotel an mir vorbeigelaufen. Dann hatten wir sogar kurz Augenkontakt. Soll ich ihn ansprechen, oder nicht? No risk, no story.